So bringst du deinem Hund Aufräumen bei. Als erstes platzierst du eine Kiste direkt vor deinem Hund und gibst ihn sein Lieblingsspielzeug. Jetzt muss er es quasi nur noch in die Kiste fallen lassen. Wiederhole das Ganze ein paar Mal, belohne ihn und erhöhe dann immer wieder den Abstand von ihm zur Kiste. Du kannst auch zwischendurch gerne mal das Spielzeug wechseln. Wenn dein Hund das Prinzip verstanden hat, verteilst du im Raum das Spielzeug und lässt es ihn in die Kiste ablegen. Belohnen natürlich nicht vergessen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bei Hundeo gibt es übrigens super viele weitere Tricks, die du deinem Hund beibringen kannst. Speichere dir gerne das Video ab.